Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal B-Pilot. Auf diesem Kanal geht es, wie ihr vielleicht schon wisst, ums Imkern und ums Ultraleichtfliegen. Wir stehen schon am Rollhalt der Piste 2.4. Bravo, Philipp ist auch am Start. Hi. Und dann wünschen wir euch mal viel Spaß bei dem Video. Day after day, I'll work and I'll play, yeah I'll do all the things that you won't even when my feet get tired. Delta Romeo Victor, probate to leave, regeln Sie wieder mal. Delta Romeo Victor is leaving your frequent seat in Städte und Anche. You don't speak up, I'm the one they call the underdog. Delta Mike November Romeo Victor, Zurich Information, pass the message. Delta Mike November Romeo Victor is a Microlite Tecnam B92, currently 2 nautical miles southwest of Carmo, in 4,900 feet, from Echo Delta November Yankee to Lima Fox Goals Yankee via Echo Delta Tango Delta. Request traffic information as far as possible, and for your information we have a flight plan. Delta Mike November Romeo Victor, the Zurich QNH 1014, Sprock 4251, next report Donau-Eschinghen. Wir sind gleich über Donau-Eschinghen, und wir fliegen nach Lima Fox Road Golf Yankee, nach Frankreich. Saint-Dié. 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 So, wir sind jetzt gleich überm Rhein, überfliegen somit die Grenze von Deutschland nach Frankreich. Kann jetzt auch schön auf der Außenkamera den Rhein sehen. Schiff hier sehen wir gerade keine drauf. Dem Platz, Saint-Yves, noch nicht in Sicht. Oder siehst du ihn schon, Philipp? Negative. Wir sind noch 25 Minuten weg. Le escaped die Welt heraus. Wir haben den Platz in Sicht. Wir fliegen jetzt gleich in den Gegenanflug zur 2.5. Am Boden steht auch noch eine Maschine. St-Dieu, D-M-N-R-V, entering downwind for runway 25, St-Dieu. St-Dieu, D-M-N-R-V, downwind 25, St-Dieu. D-M-N-R-V, downwind 25, St-Dieu. D-M-N-R-V, excusez-moi, D-M-N-R-V. Ach, flaps? Ja. St-Dieu, D-M-N-R-V, final 25. Welcome to France! Is it? Okay. Wir sind nun in Saint-Dieu gelandet. Wir laufen jetzt 10 Minuten zu einem Kaffee, trinken dort was und dann geht's wieder zurück nach Deutschland. Eigentlich wollte ich euch beim Rückflug erzählen, wie man in Frankreich funkt. Leider hat die Kamera keinen Ton aufgenommen. Deshalb gibt es nur Bilder und Musik. Amtttt快 zum www.sdieter.com Wimtttg.de Weimar ein paar Jahre in der Nähe in den München und comunalte Emotionen Wimtttg.com Wimtttg.com Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020